Musik Exakt 193 Tage nach seinem Amtsantritt hat Finanzminister Hans-Jörg Schelling seine erste Steuerreform fertig. Sein Hauptziel Erbschaftssteuern zu verhindern hat er erreicht, allerdings musste er dafür erhebliche Kompromisse eingehen. Herr Minister, Sie konnten Erbschafts- und Reichensteuer verhindern. Wie groß war denn der Preis dafür? Ich glaube, wir haben jetzt bei dem, was wir in der Regierung vereinbart haben, ein sehr ausgewogenes und ausbilanziertes Paket geschaffen. Wir haben ja von Anfang an gesagt, dass wir diese Schenkungserbschafts- und Vermögensteuern nicht haben wollen, weil sie standortschädlich sind. Und es sind in Relation dann kleinere Maßnahmen gesetzt worden. Ich erinnere an das Beispiel mit dem Spitzensteuersatz ab einer Million Euro, wovon aber sehr, sehr wenige betroffen sind. Und daher glaube ich, dass es am Schluss gelungen ist, ein ausbalanciertes Konzept darzustellen, das auch von der SPÖ mitgetragen wurde. Aber das Ziel war, Erbschaftssteuern zu verhindern, unter anderem auch mit dem Argument, die kleinen Häuslbauern nicht zu belasten. Und gleichzeitig erhöht man jetzt die Grunderwerbssteuer und trifft damit sogar mehr Menschen, nämlich sogar Werte ab 400.000 Euro. Ist das nicht ein Pyrussieg? Nein, überhaupt nicht. Sondern man muss ja folgende Voraussetzungen sich anschauen. Wenn man die Erbschafts-Schenkungsvermögensteuer nach dem Modell der SPÖ gemacht hätte, war dort ein Aufkommen von 2 Milliarden Euro. Jetzt kostet diese Veränderung bei der Grunderwerbsteuer etwa 35 Millionen Euro, bringt das an Mehreinnahmen. Das ist schon eine heftige Relation. Und das Zweite ist, wir haben ja die Stufen so gesetzt in der Tarifierung für die Grunderwerbsteuer, dass die große Masse, nämlich bis 250.000 Euro, tatsächlich weniger bezahlt wie davor. Und dann in der Differenz zwischen 250.000 und 400.000 Euro dann die 2 Prozent bezahlt. Wir sind aber noch nicht in der technischen Umsetzung dieser Maßnahmen, sondern da muss auch noch geschaut werden, wo könnte es hier Sonderhärtefälle geben, die man berücksichtigen muss. Sie müssen sich seit der Präsentation durchaus von einigen Experten Kritik gefallen lassen, dass die Gegenfinanzierungen und die Schätzungen noch nicht so genau sein. Wie groß ist denn das Risiko bei den Gegenfinanzierungen? Wir haben monatelang jetzt die Gegenfinanzierungen gerechnet und deshalb bin ich manchmal auch etwas überrascht, dass die Experten innerhalb von zwölf Stunden sagen können, was richtig und falsch ist. Wir haben das sehr seriös durchgerechnet. Wir haben alle Maßnahmen mehrfach hinterlegt und hinterfragt. Und daher gehe ich davon aus, dass die Berechnungen von uns vorsichtig angedacht sind. Dass es im einen oder anderen Bereich Verschiebungen geben kann, das steht außer Zweifel bei diesem Volumen, die wir hier bewegen. Aber vom großen System her haben meine Expertinnen hier im Haus jede Zahl mehrfach umgedreht und gerechnet. Und daher gehe ich auch davon aus, dass es hält. Der größte Posten bei der Gegenfinanzierung dieser Tarifreform ist die Betrugsbekämpfung. Was ist denn bisher schiefgelaufen bei der Betrugsbekämpfung in diesem Haus, dass 1,9 Milliarden Euro so leicht zu holen sind? Man muss zuerst einmal die Zahl relativieren. Diese 1,9 Milliarden sind 1,7 Prozent des gesamten Steueraufkommens. Und damit ist auch klargelegt, dass wir keinerlei Generalverdacht äußern, sondern nur die Systeme verbessern wollen. Ich möchte aber ausdrücklich betonen, dass in den letzten Jahren massiv Mehreinnahmen durch die Betrugsbekämpfung schon passiert sind. Wir haben eine Finanzpolizei installiert, die heftig kontrolliert. Wir haben zum Beispiel die Zahl der Kontrollen fast vervierfacht. Also es ist viel gemacht worden. Nur jetzt gibt es neue Rahmenbedingungen, neue technische Möglichkeiten, die wollen wir einsetzen. Aber der Wirtschaftskammerpräsident Leitl bestreitet ganz massiv, dass solche Beträge zu holen sind. Er sagt, Zitat, nie und nimmer ist sowas drinnen. Da kennen jetzt die Wirtschaftstreibenden auch nicht schlecht. Sind die Österreicher jetzt so steuerunehrlich, wie sie es schätzen oder so ehrlich, wie es der Wirtschaftskammerpräsident sagt? Also ich stelle Christoph Leitl gerne unsere Berechnungen und Unterlagen zur Verfügung. Und dann kann er sich ein eigenes Bild machen und seine Aussage entsprechend entweder relativieren oder fühlt sich bestätigt. Noch einmal, es geht um 1,7 Prozent des gesamten Steueraufkommens. Daher, wir haben keinen Generalverdacht, aber wir haben auch Maßnahmen zu setzen, die interessanterweise vom Professor Schneider in Linz zum Beispiel immer wieder eingefordert werden im privaten Fusch-Bereich. Denn der zählt auch dazu, dass wir dort den Missbrauch bekämpfen. Es geht also nicht darum, eine Gruppe herauszunehmen und zu sagen, dort passiert das, sondern es passiert überall. Und ich glaube, wir sind aufgefordert, das auch entsprechend zu bekämpfen und auch abzustellen. Leitl sagt, er will bis zur letzten Patrone dagegen kämpfen. Wie viel Spielraum haben Sie noch bei Ihren Maßnahmen wie der Registrierkassenpflicht? Die Regierung hat ein Paket verabschiedet. Dieses Paket kann in den technischen Fragen, in der parlamentarischen Umsetzung, in der Ausformung des Gesetzes und der Gesetze, die erforderlich sind, Feintuning betreiben, aber die Grundsatzmaßnahmen können nicht in Frage gestellt werden. Und es scheint in Österreich so ein bisschen ein Stil einzutreten in der Politik, wo der eine die Rache bei Philippi schwört und der andere bis zur letzten Patrone kämpft. Ich glaube, wir sollten auf den Weg des Dialogs zurückkehren. Bei diesem Betrugspaket fällt oder kritisiert die Wirtschaftskammer ja vor allem, dass sie es auf die kleinen Wirten unter Anführungszeichen abgesehen haben. Ihre ehemalige Firma XXXLutz ist damit aufgefallen, dass sie in Malta eine sehr aufsehenerregende Steuerkonstruktion gemacht hat, als sie Aufsichtsrat waren. Jagen Sie jetzt die kleinen und lassen Sie die großen ungeschoren davon kommen, die mit solchen Tricks, das machen ja auch andere Firmen, schon auch Steuern sparen können, die sie woanders brauchen könnten. Also zum ersten Ersuchen ist sie wirklich dringend, zu unterscheiden zwischen Steuergestaltung, die legal ist, und Steuerbetrug, der illegal ist. Wenn es Konzepte gibt, die Steuerkonstruktionen ermöglichen, dann sind wir als Gesetzgeber gefordert, das möglicherweise abzudrehen. Und eine meiner ersten Gesetze, das hat zwar offensichtlich keine besondere Außenwirkungsresonanz bekommen, war, dass wir eine Lücke, die in der Gesetzgebung zwischen Österreich und Malta ist, per Gesetz geschlossen haben. Und das ist schon ein entscheidender Punkt, wo ich sage, wenn wir als Gesetzgeber Möglichkeiten haben, entsprechend zu agieren, dann sollten wir es tun. Manche Dinge gehen aber nur international. Und ich glaube, dass es richtig und wichtig ist, zu sagen, wenn man feststellt, das muss geschlossen werden, diese Lücke, dann sollte es der Gesetzgeber auch tun. Wir haben in dem Fall, den Sie zitieren, Malta, diese Lücke sofort per Gesetz geschlossen. Etwas, das auch überrascht hat, war der neue Spitzensteuersatz von 55 Prozent. Der ist jetzt mal befristet auf fünf Jahre. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass der danach beendet wird? Oder ist eine Verlängerung für Sie durchaus denkbar? Nein, für mich ist das eigentlich ziemlich fix. Man hat ja diesen Spitzensteuersatz gemacht, um die mögliche Gestaltung bei der Käst sich zu ermöglichen. Und die Käst hängt am Verfassungsrecht. Und wenn man in diesen nächsten fünf Jahren es schafft, die verfassungsrechtlichen Bestimmungen so zu ändern, dass die Käst variabel gestaltbar ist, dann braucht man diesen Spitzensteuersatz tatsächlich nicht mehr. Das heißt, die Käst bleibt auf 27,5 Prozent? Das kann man eben dann von der Gestaltung her verfassungsrechtlich nahe ordnen. Bisher ist die Bestimmung, es darf maximal die Hälfte des Spitzensteuersatzes sein. Der zweite Punkt ist, dass die Befristung das eine ist, und dafür setze ich mich auch ein, weil das ist das Wesen von Befristungen, dass man sich dann auch dafür einsetzt, dass es wieder abgeschafft wird. Aber der zweite Punkt ist, dass sie auch zweckgewidmet werden soll, diese Einnahmen. Und zwar in einem Österreich-Fonds, wo wir uns mit Forschung, Entwicklung und Innovation beschäftigen, so dass die Menschen, die jetzt etwas einzahlen, nicht das Gefühl haben, ihr Geld versickert irgendwo in welchen budgetären Kanälen auch immer, sondern wir tun etwas Gutes für die Zukunft des Landes. Sie haben einen alten Job als Chef des Hauptverbandes vor ziemlich genau einem Jahr in einem Interview mal gesagt, meine Prognose, 2016 wird man feststellen, dass man das Nulldefizit nicht erreicht hat. Was wussten Sie denn damals nicht, was Sie jetzt wissen? Erstens, weil damals, als ich das gesagt habe, eigentlich niemand bereit war, über Maßnahmen nachzudenken. Heute sind alle bereit, über Maßnahmen nachzudenken. Und heute sitze ich auch in der Position, nicht als Hauptverbandchef, sondern als Finanzminister, der auch die notwendigen Hebel- und Steuerungsmöglichkeiten hat, das zu verändern. Wenn man nichts getan hätte, das war die Aussage damals, müsste man 2016 feststellen, es wird sich nicht ausgehen. Und daher ist es ja so wichtig, dass wir diese Hebel in Bewegung setzen. Und ich möchte gerne einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass mit der Steuerreform, wo wir jetzt einmal entlasten, Konsum ankurbeln, Investitionen fördern, in der nächsten Etappe die Strukturreformen angehen, am Arbeitsmarkt, bei den Pensionen und in anderen Bereichen, um Österreich wirklich nachhaltig abzusichern und wieder an die Spitze zurückzubekommen. Die Steuerreform alleine kann das nicht leisten. Sie haben exakt 193 Tage seit Ihrem Amtsantritt für die erste Steuerreform als Finanzminister gebraucht. Wann wird es denn die nächste geben müssen? Denn Sie haben schon angesprochen, die kalte Progression geht ja weiter. Also man muss zwei Dinge machen, indem man jetzt einmal sagt, es ist rekordverdächtig die Zeit, dass wir eine Tarifreform hingebracht haben. Die ist auch notwendig und wichtig, auch für das Wachstum, für die Beschäftigung in Österreich. Ich habe von Anfang an, als ich mein Modell vorgestellt habe, gesagt, ich würde mir wünschen, dass wir 2019 und 2020 jeweils eine weitere Milliarde an Entlastung machen können, weil die Reformen greifen.